Hallo Arion, schön, dass du den Satz zu BEFOREBILIEF So, ich muss jetzt auch wieder erst mal schauen wie das Ganze da ausschaut 501, kann man auf jeder Insel so ein Ding bauen? Nee, kann noch einen pro Planet genau Das ist schon mal gut zu wissen Okay Wir haben hier die Logistik optimiert, genau Geht mir das jetzt eigentlich so gut aus, wenn man nicht wirklich sieht wo was ist Das ist der Reiniger Er muss jetzt erst auf der anderen Insel wieder richtig funktionieren, ne? Glas Das ist Die sind da oben Da Wie schaut es da aus? Immer noch nicht so gut, ne? Das ist bitte priorisiert Ja, danke Das kanns jetzt wieder ein paar Sonnen und Tage halt, ne? Ja, eins haben wir aber Was ist schon so noch? Hm Das ist aber nicht ordentlich entfühlen, ne? Drei Drei hundert drinnen Das ist Das ist echt nicht so nice Das ist Die falsche Seiten, ne? Oh ne Oh ne Come on, Alter Mach extra die Seiten Da Da wo die Ding ist Ah, hey Was kann ich nicht lohnen, als ich jetzt hierher komme? Super, ey Das ist jetzt wieder blöd, ne? Äh, das ist jetzt wieder blöd, ne? Warum ist dies äußlich beschädigt? Das verstehe ich nicht Ist doch nicht mein Queen, Alter Ist doch nicht mein Queen, Alter Wieso stehen die zu ganz? Äh, da, 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 da Ist doch Irgendwas Ich glaub nicht, ne? Keine Bürger Okay Es sind 16 Arbeiter frei Jetzt könnt's jemand anderen verziehen Also, dass da keine Leute verfügbar waren Schaut's mit Eisen aus Schaut's mit Eisen aus Oh Top Ah, das ist 70 Uh, uh Nicht so gut Da müssen wir fast mal eine Brücke bauen, ne? Irgendwie Ist doch wirklich Okay, ja Also, wie ich mir schon gedacht hab, ist dieser Fütterungs-Weltraumaufzug ziemlich ein Schaman Aber Aber nicht wirklich was bringt Aber nicht wirklich was bringt Mir braucht man da unbedingt wieder das Ding, weil sonst haben wir jetzt wirklich ein Problem Hm Da hat auch mal was, wenn dies mal weitergeht hat da Holzkraftwerk Wir haben da Holzkraftwerk Äh Ah, wir haben da keinen Wo haben wir? Hä? Wo haben wir den? Wo haben wir noch nicht hochgefangt damit zu arbeiten? So ist's Hm Hm Okay Dann Dann kommt da eine eine Strasse hinterher Dann kommt da so ein Ding hier So Dann kommt da Dann 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 Wie schaut es da jetzt aus? Ja die müssen das ja alles bauen da. Es dauert einfach die Zeit. Während das da hinwurschtelt. Wendeschutzkleidung. Blazer. Gehen wir mal auf unseren neuesten Planeten. Dass dort Leute verhungern oder so. Und dann ein bisschen wie und was. Also Essen. Haben wir Bäume. Haben wir auch so weit. Dann haben wir da Stor. Stor haben wir da. Dann machen wir da so. Und dann machen wir hier 3,3. Äh. Wer hat das? 3,3. Genau. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Dann machen wir da natürlich unsere Logistik hin. Haufen ist jetzt momentan. Oh ne. Na das ist wert. Das nehmen wir doch auf. Oh. Da bin ich gar nicht so schlecht gewesen. So. Haufen. Äh. Logistik da. Dann. Was machen wir da hin. Vora geht mal dann. ные Stücke. ... So könnte man das ja bauen So, wenn ich da mal hier umgehe Da wieder mal so ein Spot an Holz wäre. Also ich war mir eigentlich komplett sicher, dass wir dann da hängen machen können. Äh, Wüstenfelder bewirtschaftbar machen, weil Bewässerung macht vermieden sind, aber anscheinend ist es einfach nur, dass es schneller wächst. Ich bin schon ein bisschen doof. Eigentlich nicht. Für Essen haben wir den da gehabt. Okay, also wir brauchen mal ein Lagerhaus, das wo das lagert. Das sind nicht 40, okay. Ich bin schon ein Lagerhaus. Aufgebrachte Lagerhaus. Überlegbrot. Nur irgendwas momentan. Ecke. Ja. Bruch. Bruchweiß. Äh, das. Das. Das nehmen wir da. Nehmen wir da auch noch mal so ein bisschen produktionsmäßig her. Das sind einfach nur das. erst mal zwei schmelzen und dann zur werkzeug schmiede mal den nur was ausbraten strahl aber jetzt mein netwerkzeug ist glaube ich wichtiger das lassen wir mal so das riecht okay und liefert Ja, eigentlich schon. Ich kann noch Lust zu Wasser zangen. Nee. Ach, aber da können keine Leute hergebracht werden. Ah ja, was. Das geht doch nicht, weil da keine Luft herauf ist. Noch 5. Zement brauchen wir da noch. Zement. Was ist er denn? Jetzt blöden wir da. Okay. Okay. Ah, nicht das. Falsch. Achtung. Das hätten wir ja. Jetzt können wir ja gar keine Leute hergrillen. Okay. Okay. Nummer 1. Was ist da los? Stiftle-Ding. Achso. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt sind wir nicht heute zusammen. Oh, ja. Sag otra, ja. Oh, ja. Ich Cold habe. ich weiß nicht ob das schnee geht die reise ab strom brauche eigentlich ich kann leider die holzfülle nicht verbessern was ist dieses problem schaut so aus drei viertel ok kann sein dass wir die folge wieder hier gerangen dass das wieder cleaner so ist ja das ist jetzt ein problem das ist jetzt einfach ein problem jetzt gehört der reichler her ja die haben alle keine chemikalien die kommen gerade irgendwo nachher das ist halt das problem und das ist halt unser hauptlieferant für chemikalien das ist halt das hauptding auch schon wieder ok also wie schauts jetzt da aus das war der da jup weisenweine müssen wir da überall überall an dinger verbauen das wird die in der opbauen können die 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 Okay. Dann reißen wir das da ab. Sobald das da oben eigentlich so schnell ist. So, dann bauen wir das da. So, dann bauen wir das da. Nehmen wir das weg. Die haben wir einfach so her. Und da kommt dann eine Wald her. Wenn jetzt noch weiß wo da ist. So. Dieser Brunnen. Dieser Brunnen ist ein bisschen im Weg. Ich sage jetzt mal. Okay es ist wieder. Es ist wieder clean hier. Jetzt wird es erstmal Zeit. Dass wir da. Oder den fertig haben. Und dann müssen wir unbedingt eine Chemiefabrik herstellen. Chemie. Wir haben den Giftschleim auf Insel 3. Planet 1. Die haben den Schleim auf Insel 3. Er hat extra. Die eine in den umliegenden Bereich zieht sich langsam zurück. Weg. Jetzt haben wir ihn wieder weg. Wenn jetzt ein bisschen fähig hin und her sei. Okay. Stimmt. Ah. Okay. Bin ein bisschen zwar witzlos gerade. Aber. Okay. Gibt. Schlimmere Sachen. Dann können wir nämlich. So. Das ist weg von. Jetzt doch dass wir da noch mehr ausbauen können. Vielleicht finden wir da noch eine Lösung für irgendwas. Wie schaut es da mit der Verschmutzung aus. Schaut es ganz okay aus. Soll ich jetzt langsam auch wieder wehren. Äh. Okay. Die warten alle auf Chemikalien. Das ist so ein bisschen. Manko gerade im Moment. Aber es wird. Jetzt müssen die anderen erstmal wieder. Ja. Wie haben wir da. Stimmt. Jetzt haben wir auf der. Verliebten Struktur. Uh. Ich sehe es gerade. Das ist. Das ist. Ganz. Das ist. Das ist schon. Sehr. Sehr. Knapp. Kann ich mal sagen. Weil. Das ist schon. So. Rot. Rot. Da gibt es. Fällig. Schleckere. Und. Da müssen wir unbedingt reinigen. Da herum. Hallo. Bitte. Die. Die. Die Werkzeuge. Daher bringen. Äh. Das ist. Ganz schlecht. Wenn das da so. Rum steht. Okay. gleich mal orange das haben wir nicht das ist der erste Reihe auf der kleinen Insel brauchen wir glaube ich nicht um die Chemikalien da muss man einmal schauen da kann man mal schauen was gibt es die Option um diese Insel zu verändern entscheide ich klug entscheide klug denn diese Option ist auftritt in irreversibel Option 1 Produktionsgeschwindigkeiten von Minen auf 140% des Normalwerts festlegen Option 2 alle niedrigen Kacheln auf einer Insel zu Regenwald ändern Produktionsgeschwindigkeit von Bäumen auf 60% Normalwerts Produktionsgeschwindigkeit von Bäumen auf 1000% des Normalwerts Produktionsgeschwindigkeit von Felder auf 20% des Normalwerts Das ist ja nicht so nice Ich weiß sie nicht so nice Das gibt schon bisher die Sachen So dann schauen wir jetzt nochmal auf Planet Einsommer Das ist natürlich unser anders Ding da Wie schaut es auf der Crystal Insel aus? Halt mir gerade so auf Was fehlt da immer noch? Warum kriege ich mir da kein Sement? Transport Wo hat sie mich hergestellt? Wo hat sie mich hergestellt? Das ist meine Frau überall Das ist meine Frau überall Was hat man so wenig gekostet, wenn wir jetzt erst Äh Denk hat Haben Wie kann ich 43 offene Jobs haben? Hä? Ist ja nicht so, als hätte er von mir weniger leid. Ja, dann machen wir jetzt erst mal die heiße Größe. Anders können wir momentan eh nicht bewerkstelligen, so jetzt mal. Und der Lufthofen. Schaut nicht so aus. Wo ist ein anderer Haufen? Das ist ja doof. Da kann der Lufthofen umhundert in mir. Da kann ich auch schon wieder Akkatzemint loslegen. Mensch... Das war vielleicht mal wichtig da. Aber hey... Ah, stimmt! Die... Ah, jetzt fällt es mal ein Brannerei. Die Minen, die bringen ja... Diese Laserminen, wo hinten die jetzt wieder... Stimmt... Ich kann nicht bauen... Dann... Kriege... Kriege... Eine unendlich... Ingröng... Ah, dann ja... Da stimmt ja... Brauch da... Ein Spot, wo ich dich hier stehen kann... Da wo es eigentlich nicht zu Ding... Geht... Ich habe kein Eisen mehr... Da schau her... Da haben wir schon einen guten Spot, dass es hat... Jo... Die werden wir auch weg... Das werden wir weg... Das werden wir weg... Das werden wir weg... Was brauchen wir denn da ist... Tüftle Werkzeuge... Zement... Okay... Das andere haben wir eigentlich... Hätten wir eigentlich alles... Ähm... Wir haben aber... Sehr viel... Forschungssachen... Das war natürlich auch nicht dumm... Ne... Das war natürlich auch nicht dumm... Ne... Oh... Das war vielleicht auch nicht dumm... Dann haben wir auch schon ziemlich weit beim Ding... Ja... Können wir den wiederholbar irgendwas sinnvolles machen... Können wir den schon mal bei Gebäuden... Jo... Oh... Dieses äh... Andere Ding... Das ist so gut... Also prinzipiell haben wir jetzt bloß noch Forscherhütten... Oder Forschungsdinge... Dass die... Hey... Entdeckehütten sowas... Ach stimmt... Stördinge haben wir jetzt ja auch... Stimmt... Es fällt Ihnen nicht leicht... Stimmt... Tch... 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 Pär ja auch nicht komplett rund umgang mit mir... Schon mal kurz... Was braucht man dann noch? Das war der Schokolade... Das war nicht ganz gut... ok 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 so das sind die dinge da kannst du verstehe dass manche einfach nicht zufrieden ja momentan aber ich darf es mir gerne einfach einfach gerne weil ich es so optimiert machen kann damit ist schon ich da ist sogar das ist doch gar nicht manche verstehen strom damit zu solarmodule her die 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 Schaut es mit Sachen aus, Technik. Ja, mein, wir haben halt alles. Gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir noch einmal fertig werden. aber wir können ja nicht inzwischen bestimmt apartments da braucht man vier zement und vier klos aber beides nicht da haben wir mir den sand haben wir sand absichtlich nicht herrungen die haben kein eisen mehr battery strom stellt batterien für batteriekraftwerke her batteriekraftwerke batterien um strom zu erzeugen die lohnt sich dann auf ihr speicher ist einfach strom speicher dass man in der nocht strom hätte kann man wahrscheinlich dann transportieren die 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 wie schaut es aus ja stahl fährt uns heute Uns fällt halt jetzt Stahl. Wie schaut's mit der Verschmutzung da aus? Oh, was verschmutzt da? Ah, dies da, gell? Dies verschmutzt diese Dinger da. Okay. So, dann müssten wir da wo der Übelohr mal dies abreißen. Dafür machen wir dann dies schneller. Dann machen wir hier einen Reiniger her. Und dann sagen wir da wieder... Der steht wieder gut dabei, ne? Wie ist das da hinten rot? Was? Mach dies da hinten. Erklär mal jetzt mal einer. Warum ist da... Die sind dann bloß noch vom Weltraumwahl, oder nicht? Mensch... Hallo? Hallo? Das ist immer noch nicht hergericht worden. Wir müssen uns leider jetzt mal kurz um dies zu kümmern. Da ist eigentlich nichts, was Verschmutzung verursacht da hinten. Deswegen ist das so ein Witz. Hm. Leider. Okay. Das alles gut, gell? Ja, das alles gut. Okay. 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 So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es mit dem Zeiger hinten ausschaut. Wie schaut es da mit dem Reiniger aus? Wie schaut es da mit dem Reiniger aus? Wie schaut es da mit dem Reiniger aus? Ja, aber das haben wir noch nicht, weil wir die Teile noch nicht haben. Wir verhindern uns ein bisschen was. So war das. Wie schaut es aus? Komm mal, dann gleich mal. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like, dann mischen uns morgen bei der nächsten Folge. V-V-V-E-V. Also, Hobby. Eri.